jetzt geht's AP 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 AD AD die Liga fast Ability Power gekauft habe fehl 30 seconds 30 seconds until Minions spawn diese Setsuani, oh mein Gott hinter Aram oder 3 gegen 3? 5 gegen 5 also Aram hab ich dir gesagt ich hab gesagt 5 gegen 5 ihr spielt kein normal 5 gegen 5, glaub ich nicht warum nicht? die Abus haben grad gefragt warum würdest du das nicht glauben? ich spiel auch welche mit Chris Tello glaub ich dir irgendwie nicht, dass du 5 gegen 5 spielst Halt musst du es ja nicht, siehst du es ja damit hochgeladen wird der Damage das eben ja genau, Setsuani, bist du clever na dann, ja ich übel den Fokus an der Vorsicht ins Sonder oh geil, wir haben ne Soraka ja, die dämlich ist die direkt weit zu mir läuft so viel Damage, ey Pfff das warum ist so lächerlich, ey fast Flussblatt bei wem keinen ja hier gezündet guck dir wo mir ne Trap liegt 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 doch gut renn doch nicht zu mir oh lol alter ah tot good job, ey wow, good job good job, echt kann man nur so dämlich sein hätte nicht so krass reingehen dürfen Alter der Mondo, der trifft echt immer wenn du auch mal reinläufst geh weg von mir, ich hab ne Bombe alter wie sie alle meine Längen kreuzen ich merke es, dass du 5 gegen 5 spielst ich merke es, dass du 5 gegen 5 spielst ja, ich renge gerade alle über die Midlane jetzt ist der Johnny so useless, ey Mann, dann lauf doch nicht direkt rein beschwer dich nicht, ey schon wieder direkt reinlaufen ist klar wow, good job, ey also so mal so bad ich habe mir dabei mit Clayton echt alles andere Prozent wo das so okay als modem a free war habe ich angefangen dem mal zu zocken bisschen ich habe mir nie gekauft halt und ich habe jedes game gewonnen von anfang jedes hat so gut auf ihn hauen und eben der hat sich die uhr gegeben es war etwas gut ich habe jetzt extra die drei traps eine reihe gelegt dass sich jemand catchen lässt dass der einmal länger lang rennen kann ohne gekillt zu werden 28 live gar keinen schaden so sieht es aus haua sie sind auch verwandt die traps gut und zwar sagen hegel ich hätte auch tüte schade was das wert ja für ihn anscheinend schon mord range zu op mord schaden zu op ach der war weg er er ja ich würde gucken wo alle hin rein nicht du so ach hätte nicht sein glaubst du nicht im ärzt dass ich mich so leicht töten lasse aber wie 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 Der Siegen. Der hat eine Ulti auf sich gehabt und wollte mit mir fighten, also gegen den Cannon Ghost, den ich hatte. Und genau wo der Cannon Ghost seinen letzten Auto-Hit gemacht hat, ist er verreckt. Also war die Ulti nicht mehr aktiv und ist verreckt. Oh, Fail, ey. Boah, das ist schon eine Bestie. Aber auch nur überlebt durch die Suraka-Persive. Oh, shit. Hätte ich später machen. Oh, God. Als ich angesetzt habe, hat er gerade die Beyer gemacht. Ist klar. Ja, langsam mache ich ein bisschen Schaden. Wie alle hinrennen. Der Dings hat doch auch scheiß Items, ja. Der Garen. Oh, ja. Goddammit. Das war 600 TAP, oder? kippen abartig shop such a couple so far die ich nehme über den kennen noch nicht ich hatte aber mehr als ein churiken auf mir Egal. Guck dir meine Items an. OP! Oh ja. Oh ja. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Zu spät. Oh Leute. Das ist eine Bombe. Nicht angreifen. Pff. 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 fahren mit dir zusammen und so zuerst kann man anbietet die linie zu gehen es ist so lange ich das schild noch hatte oder vielleicht sollte ich das doch nicht bis zum abgibben 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 ich kenne es einfach so gut gesagt getroffen wir wollen die meisten spielen nicht auf hp also hp nicht ap das ist voll schwach mein morde du meinst du ach ne rüleis und ja kaufen sich aber ich sehe einige mal die sich nichts kaufen rüleis und wer heißt es ähm sunfire hol ich mir mal Quatsch doch sunfire weil ob es das wert war ich habe einen Mundo hinter mir ich habe ja hinter mir noch einen Garen oder vor mir rein 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 ja immer wenn er reingeht ist er tot Schwachsinn so langsam könnte ich auch nochmal base so langsam könnte ich auch nochmal base aber die Soraka ist recht gut hm kann sein oh ich nein der hat Magiera ist ein 218er das merkt man direkt der Mundo ja doch auch wir sind so tot wir sind so hart am sterben nein du hast mich blockiert 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 hätte ich mein Kuh raufgekommen hätte ich bestimmt noch überlebt kurz auf also ja ich find das naja knapp naja knapp ich mach in letzter Zeit so viel Qufadrawkills aber kein einfachen Panther wirklich was besonderes ja nicht viel besonderer sich alle magiere sensoren der grund warum ich keinen kohle ein so kompromiss der rutsch eine andere er hat gemacht und dürfte es dazu bleibt hinter mir der körper kommt die d klar Klaaaaaaar. Kill ihn! Outlet! Nein. Dann nicht. Nö. Alter. Sechs kacke alt, ey. Da ist ein Heelding rechts. Ja, okay. Danke. Ich meinte einen hätte überlebt. Ja. Nein, doch nicht. Die hat die Rollen nicht raufgehauen. Warum hat unsere Cichuani 92 AP? Loi. Ich geh Cichuani auch immer Full AP. Ich hab mir irgendwie gedacht. Go, go, go. Noch ein bisschen undamagen. Kriegst du noch irgendwas da? Nice. Ich wollte die den Kill lassen. Natürlich. Dankeschön, du bist so nett. Dankeschön, du bist so nett. Dankeschön. Mein Ghost. Ja, Ghost. Tsch. So geil. Ist auch immer lustig. Auf dem Fall. Die Rohrkappen war gut. Ja. Fand ich auch.